Ich muss wirklich sagen, dass es eine sehr durchwachsene Direct war. Also wir hatten absolut fantastische, großartige neue Spiele, die vorgestellt wurden. Also wirkliche Überraschungen dabei, bei denen ich wirklich dann nur, oh holy shit, im Livestream das dazugesehen habe. Aber es waren eben auch sehr viele Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, alles klar. Gut für die Leute, die es dann irgendwie interessiert. Aber sehr, sehr viel von dem, was hier in der Direct gezeigt wurde. Und das ist auch sehr viel. Also es war halt wirklich natürlich, Nintendo hat das drauf. Die können das, die haben ja die ganze Formel an sich, so wie wir heutzutage diese digitalen Präsentationen führen, an sich ins Leben gerufen vor über zehn Jahren. Und deswegen sind die Sachen auch immer super durchstrukturiert, aber direkt schon, wie das eben anfing. Also es war mir klar, Pokémon DLC war etwas, darauf haben wir eigentlich nur gewartet. So egal, was man jetzt eben von der neuen Generation hält. Das Ding war auch hier wieder mega erfolgreich mit über 20 Millionen verkauften Einheiten. Und dementsprechend musste natürlich auch dann irgendwie der DLC her. Ich fand den zweiten mit dieser Safari-artigen Zone auf jeden Fall an sich interessant. Aber auch nachdem ich jetzt eben das Pokémon Scarlet, Pokémon Violet eben gespielt habe, juckt es mich nicht wirklich. Also gerade eben auch jetzt hier wieder im Stream diese Technik zu sehen, macht mich jetzt nicht gerade heiß darauf, irgendeinen DLC zu holen. Ich habe jetzt schon das Hauptspiel nicht wirklich mit der größten Freude dementsprechend gespielt. Und da ein DLC zu holen, weiß ich jetzt nicht wirklich. Und danach wurden auch sehr viele Titel gezeigt, die schon bereits irgendwo anders angekündigt wurden. So, Sonic Superstars hatten wir bereits in den Showcases der letzten Woche gesehen. Ich bin zumindest mittlerweile froh, dass wir wissen, dass das Footage aus den Trailern rangezoomt ist. Keine Ahnung, warum Sega das irgendwie für eine gute Idee hält, das Spiel so zu zeigen. Aber man sieht es aus einer richtig ordentlichen Perspektive, eben genauso wie bei Sonic Mania. Ich bin immer noch kein Freund davon, wie das Spiel aussieht. Das Lighting ist, finde ich, eine Katastrophe. Und allein zu wissen, dass der Entwickler Arzest ist, also unter anderem die Leute, die das New Yoshi's Island gemacht haben oder eben mit an Balan Wonderworld gearbeitet haben. So, hey, wenn es cool ist, dann freue ich mich dafür. Aber ich würde jetzt nicht darauf irgendwie setzen, dass es mir gefallen wird. Naja, und das Gleiche an eben auch so Sachen wie Persona 5 Taktika. Das hatten wir auch schon auf der Microsoft-Pressekonferenz gesehen. Und Myth Force ist auch schon ein Spiel, was letztes Jahr angekündigt wurde. Das sieht ganz cool aus. Ich finde es halt hier nur noch schade, dass es ein Roguelike ist, wo ich mir dann so, hä, ist halt nicht wirklich mein Genre. Und der Stil an sich ist ganz cool, aber da geht dann sofort mein Interesse flöten. Palia war zum Beispiel auch ein Spiel, was gezeigt wurde, das sah aus, als ob es irgendwie, weiß ich nicht, visuell so sehr stark an irgendein Facebook-Metaverse-Game erinnert. Und ist natürlich dann wieder, yo, hier kannst du craften und bauen und irgendwie harvesten und alles mögliche. Also es sah eben auch unfassbar generisch aus. Also sowohl was den Stil als eben auch das restliche Spiel betraf. So, hey, eine neue Splatfest-Ankündigung. Muss das unbedingt in eine Direct? Vielleicht nicht eher, wenn wirklich ein DLC da ist. Das ist so, this could have been an E-Mail. So Splatfest-Ankündigung, das ist was. Packt das in eine Pressemitteilung? Packt das irgendwie in Social Media rein oder so? Oh, das muss jetzt nicht unbedingt, finde ich, jetzt hier noch mit dazu gepackt werden. Detective Pikachu Returns. Ich dachte zuerst, ich habe das Original nicht gespielt auf dem 3DS und deswegen wusste ich nicht, oh, ist das jetzt einfach nur ein Port oder ist das wirklich ein neues Spiel? Weil, so wie es visuell aussah, habe ich zumindest gehofft, dass es einfach nur ein Port ist. Aber es ist scheinbar ein komplett neues Spiel. Und es sieht aus wie Arsch. Es sieht wirklich absolut aus wie Grütze. Der Trailer hat mir null gezeigt, warum ich spielerisch an diesem Spiel interessiert sein sollte. So einfach nur rumgemimt mit, haha, guck mal, das ist Pikachu, der Kaffee trinkt und haha. Und es ist so, ja, ich habe das originale Spiel nicht gesehen, aber der Joke hat sich eh schon irgendwie so ein bisschen verlaufen, weil ich habe den fucking Film gesehen. Und vor allem, wenn das so ungefähr die gleiche Handlung ist, dann weiß man ja auch diesen in Anführungszeichen eben Twist da draus. Und dann ist es auch gar nicht mehr so, keine Ahnung, interessant oder lustig irgendwie. Und es ist so, ja, hier, wir machen einfach nochmal die gleichen Witze und es ist nicht irgendwie weird zu sehen, ein Pikachu, was eine dunkle Stimme hat und Kaffee trinkt. Okay, alles klar, wie läuft denn das Detective-Spiel ab? Keine Ahnung, seid ihr daran nicht interessiert? Okay, dann bin ich halt nicht am Spiel interessiert. Und dann kam so der kurze erste Schwenker, wo ich dann sage, okay, das war geil. Das war dann wirklich so, okay, jetzt bin ich wieder wach, jetzt sind 10 Minuten vergangen und es kommen wirklich interessante Dinge. Und das war zum einen die Ankündigung des Super Mario RPG Remakes. So, ja, wie gesagt, Remake ist jetzt nicht das Interessanteste in meinen Augen, aber ich habe zuerst gedacht, es wäre einfach nur, oh, okay, Super Mario RPG kommt eben für Nintendo Switch Online raus. Gab es das nicht schon? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und als es dann diese Verwandlung gab, dann war ich so, oh, okay. Und die Remake-Optik finde ich tatsächlich interessant. Also, dass sie sich hier versuchen, an dem Original sehr stark zu orientieren. Dieser kleine, viel zu kurze Mario sieht absolut ulkig aus, das finde ich super. Und dass sie auch ansonsten scheinbar genau das gleiche Spiel nochmal bieten, eben in so einer 3D-Optik. Ich weiß nicht, ob das dann halt wieder von Grizzo oder so gemacht wird, die ja das Link's Awakening Remake gemacht haben. Das wirkt, als ob es in eine ähnliche Richtung gehen würde. Aber ich bin auf jeden Fall interessierter dran. Und gerade Super Mario RPG ist halt ein sehr, sehr kompaktes, sehr schnell gepacetes RPG, was wirklich halt so 15, 20 Stunden nur lang ist. Aber permanent, ding, 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 du gehst halt in neue Gebiete rein, machst die ganze Zeit irgendwas. Und da bin ich einfach nochmal wieder interessiert dran, das durchzuspielen. Und genau wie bei Link's Awakening mache ich das eigentlich dann auch gerne nochmal in dieser Form. Ein bisschen schade finde ich, dass wir vom nächsten Spiel nicht so viel gesehen haben von diesem neuen Peach-Plattformer. Ich dachte, das wäre so ein indirekter Nachfolge zu dem DS-Spiel gewesen, dieses Peach Superstar, wo man das eben mit ihren Emotionen gesteuert hat. Keine Ahnung, was hier jetzt genau dieser Gameplay-Kniff sein wird. Keine Ahnung, ob das irgendwie von Goodfeel ist. Das war ja auch so eine Sache, dass die jetzt, glaube ich, seit dem letzten Yoshi's Crafted World nichts mehr wirklich gemacht haben. Also wäre das so, könnte vielleicht irgendwas in die Richtung gehen. Sah cool aus, werden wir wahrscheinlich irgendwie, ich nehme mal an, entweder Ende des Jahres nochmal in der Direct oder eben Anfang nächsten Jahres dann erfahren. Danach eben dann auch die Ankündigung von einem Luigi's Mansion 2 Remaster, wo ich mir jetzt denke, okay, dann bringt doch wenigstens auch Luigi's Mansion 1 raus. Also wir haben ja später noch eine Ankündigung von Gamecube Remastern. So könnten wir nicht mit der gleichen Technik dann eben auch Luigi's Mansion auf die Switch bringen, weil der erste Teil hat ja einen Remake bekommen auf dem 3DS. Beziehungsweise ist es auch lustig, das ein Remake zu nennen, weil die Technik natürlich unter dem des Gamecubes ist. Aber dafür waren eben diese 3D-Elemente drin, die Luigi's Mansion ursprünglich auch haben sollte in der ursprünglichen Konzeptionsphase. Aber das jetzt eben auf dem 3DS gelockt zu haben, Luigi's Mansion auf dem Gamecube, wäre irgendwie cool, das jetzt irgendwie auch rüberzubringen. Ich bin nicht der größte Fan von Luigi's Mansion 2. Ich habe dem damals, glaube ich, als ich es für Eurogamer getestet habe, glaube ich, eine 7 von 10 gegeben. Und da stehe ich ja heute noch dazu, weil es ist das, was für mich, finde ich, auch Luigi's Mansion 1 auszeichnet und auch dann später eben auch den dritten Teil. Das fehlt hier vollkommen, vor allem eben im Level-Design. Es war darauf ausgelegt, eben in sehr kurzen Schüben in der Bahn gespielt zu werden. Das heißt, du hattest mehrere Mansions anstatt nur einer, die du halt wirklich groß erkundest. Und da so eine gewisse, so Aufbau ist, eine Bekanntheit aufbaust oder halt erkundest, als wäre es so eine Resident Evil Spencer Mansion Villa irgendwie gewesen. Und hier waren das eben mehrere, die dann wesentlich kleiner waren. Und dadurch, dass es eben in Missionen aufgeteilt war, hattest du auch das Problem, dass du sogar gewisse Rätsel immer und immer wieder machen musstest. Das heißt, du bist meistens in den Missionen am Anfang des Gebäudes gestartet. Und dann bist du durchgegangen und jetzt geht es so weit und jetzt geht es hier hin. Und jetzt mach irgendwie eine komische Mission, indem du den Hund verfolgst oder irgendwas anderes aufsammelst. Und es war dadurch sehr repetitiv. Und halt gerade die Tatsache, dass du Rätsel wiederholen musst, das fand ich dann nicht so geil. Aber hey, es kommt auf jeden Fall dafür raus. Es sieht ganz ordentlich aus als so ein Remaster und von daher cool auf jeden Fall. Ich werde dem Spiel damit nochmal eine Chance geben und vielleicht wird es mir dieses Mal besser gefallen. Ich glaube nicht. Aber hey, ich habe ja auch Luigi's Mansion 3 und das fand ich super. Batman, Arkham Ports wurden angekündigt. Keine Ahnung, ob das gut laufen wird. Also die ersten beiden sollten, weil die sind ja auch 360 Titel gewesen. Also das heißt, Hardware-technisch ja ungefähr gleich eben zu der Switch. Arkham Knight weiß ich nicht. Also da bin ich mal wirklich gespannt drauf, wie das dann läuft. Also wenn sie gerade die Kämpfe in dem Batmobil gut zum Laufen bringen und die eben in einer ordentlichen Framerate funktionieren, ohne dass es jetzt komplett aussieht wie scheiße, dann wäre es vielleicht interessant. Aber ich besitze die Spiele im Original. Ich besitze diese schreckliche Remaster. Ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, ob das auf den Remastern basiert, visuell oder auf dem Original. Technisch gesehen sollte es ja eigentlich mehr auf dem Original basieren. Wäre auf jeden Fall logischer, das zu porten auf die Switch-Hardware. Aber werden wir dann mal sehen. Wie gesagt, ich habe die so oft gespielt, ich brauche das jetzt auch nicht nochmal in einer portablen Variante. Gloomhaven, definitiv kein Spiel für mich. Sieht vollkommen uninteressant aus. Just Dance ist kein Spiel für mich. Sieht vollkommen uninteressant aus. Ich habe gehört, dass viele Leute sich wohl über die letzten Just Dance-Spiele ein bisschen beschwert hatten, weil der Content da so wenig geworden ist. Keine Ahnung, für mich war die Serie noch nie. Wenn ich irgendwie ein Tanzspiel gespielt habe, dann war es in dem Fall eigentlich immer Dance Central auf der Kinect. So Just Dance war für mich da immer zu reduziert irgendwie. Silent Hope sah eigentlich ganz cool aus vom Stil her. Ich mache das Charakterdesign, finde ich nicht so toll. Einfach, weil es mich zu sehr an diese 3DS-Chibi-Charaktere erinnert. Und ich das dann auf einer Switch irgendwie automatisch so ein bisschen generisch negativer irgendwie abwerte. An sich spielerisch sah es irgendwie ganz cool aus. Aber auch da habe ich eben, ich weiß nicht, ob es offiziell bestätigt wurde, aber es wirkte einfach wie ein Roguelike. Und wie ich das vorher schon gesagt habe, das ist etwas, was mich in den meisten Fällen instant irgendwie abturnt. Und da brauche ich dann nicht wirklich noch großartig mich irgendwie mit beschäftigen. Wenn es rauskommt und irgendwie alle sagen, hey, ist mega und es hat auch nichts damit zu tun, dann gucke ich es mir vielleicht nochmal an. Aber so momentan ist mein Interesse einfach im Keller. Und auch das ist jetzt wirklich so eine Abfolge gewesen. Das heißt, wir hatten jetzt am Anfang so, ah, okay, sehr viele Titel, die wir schon kannten und irgendwelche kleinen Updates, die ich nicht wirklich gebraucht habe. Oh, jetzt kam mal was Cooles, Neues und es gab eine coole Ankündigung. Und dann so, hey, Luigi's Mansion 2, immer noch ganz nett. Und das ist so, Batman Parts, Gloomhaven, Just Dance und dann Silent Hope. Faith Farm hatten wir auch schon auf der, ich glaube, Summer Game Fest oder so gehabt. Sah schon da mega langweilig aus, brauche ich jetzt auch nicht. Hot Wheels Unleashed 2, der erste in meinen Augen hatte eine grauenhafte Steuerung. Ich muss wahrscheinlich endlich mal Trackmania ausprobieren, wenn der neue Teil jetzt auf die Konsole raufkommt, dass ich da wieder was Ordentliches habe für so einen Arcade Racer. Das hat mich halt vollkommen kalt gelassen. Manic Mechanics, ja, aber es wirkte für mich einfach wie, okay, wir machen Overcooked in einem neuen Setting und ich brauche ehrlich gesagt kein neues Overcooked. Also gerade Overcooked 2 hatte für mich, finde ich, schon die Formel so weit ausgereizt. Gerade mit den ganzen DLCs, da hat es sich schon mehrfach so angefühlt. Ja, okay, uns gehen langsam die Ideen aus, wir versuchen jetzt noch irgendwelche Sachen, das ist ganz nett. Aber mich würde jetzt wahrscheinlich auch einen Overcooked 3 irgendwie nicht freuen und dann irgendwie so was Ähnliches zu haben in einem anderen Setting. Nichts, was mich irgendwie aus dem Ofen hervorholt. Genauso wie der Mario & Rabbids DLC wussten wir auch schon eben von, war auch bereits gezeigt worden auf vorigen Showcases. Ich habe das Spiel seit Launch hier, ich habe es nicht angepackt, muss ich mal machen. Das ist nicht das fehlende Interesse. Ich fand den Vorgänger super, sonst hätte ich mir auch den Nachfolger nicht direkt zum Start geholt. Aber es war wieder so Casualty von, es kam zu viel zu dem Zeitpunkt raus, ich musste zu viel machen und seitdem habe ich es nicht wirklich geschafft, dazu zu finden. Und ja, keine Ahnung, also vielleicht irgendwann mal und dann werde ich mir vielleicht auch die ganzen DLCs geben. Dragon Quest Monsters 3. Also bei uns heißt es einfach Dragon Quest Monsters, an sich ist es Dragon Quest Monsters 3. Fand ich ein bisschen verwirrend, weil für mich war immer so das Gefühl, dass ja eigentlich Dragon Quest Monsters mit der Joker-Reihe weitergegangen ist. Dass ja das letzte Dragon Quest Monsters war 2 und das ist auf dem Game Boy Color rausgekommen, 2001 glaube ich. Und das hier ist jetzt nicht der Nachfolger zu Dragon Quest Jokers 3, was auf dem 3DS erschienen ist, sondern wirklich der Nachfolger zu diesem Game Boy Color Spiel aus 2001. Das ist der Nachfolger, heißt bei uns natürlich dementsprechend einfach nur, die haben die Zahl weggelassen, weil so alte Serie, das ist zwar bei uns auch rausgekommen, hieß aber noch unter dem alten Dragon Quest Namen Dragon Warrior Monsters 1 und 2. Und dementsprechend haben sie jetzt wahrscheinlich einfach wieder gesagt, wir wollen die Leute nicht verwirren, wir machen einfach, wir haben aus Final Fantasy nichts gelernt. Genauso wie Final Fantasy 2 und 3 ursprünglich eben ganz andere Spiele waren, machen wir es jetzt irgendwie nochmal mit dieser Dragon Quest Monsters Reihe, obwohl ja auch die Joker Sachen bei uns ganz normal rausgekommen sind. Ich glaube nur, bis auf den letzten glaube ich nicht. Aber ja, es hat mich nur verwirrt, weil ich dachte zuerst, oh ist das auch wieder irgendeine aufgepäppelte 3DS-Version? Aber nein, es ist der offizielle Nachfolger. Und es sieht ehrlich gesagt auch hier wieder so reduziert aus. Also es sieht nicht aus wie ein Switch-Spiel. Und ich weiß ja, dass die Switch das kann. Ich weiß ja, dass die Switch mehr kann. Fucking Dragon Quest XI läuft in einer reduzierten Form auf der Switch und sieht einfach tausendmal besser aus als das hier. Und Square Enix, ich meine, die bringen gefühlt alle drei Minuten ein neues Spiel auf der Switch raus, die deutlich besser aussehen. Und deswegen habe ich auch hier gedacht, es ist einfach wieder irgendwie ein Mobile-Port. Es ist irgendwie ein DS-3DS-Port. Ne, es ist ein komplett neues Spiel, aber was, finde ich, einfach vollkommen underwhelming aussieht. Und dann lockt mich einfach diese klassische Formel auch nicht irgendwie hervor. Auch da wieder so, keine Ahnung, wenn es rauskommt und ich höre halt sehr viel Gutes darüber, dann werde ich es mir vielleicht mal ansehen oder es kommt raus und aus irgendeinem Grund sind gerade nicht 1200 andere Spiele erschienen, wie das momentan der Fall ist. Dann sehe ich es mir vielleicht mal an. Aber so mein direktes Interesse ist auf jeden Fall nicht gegeben. Wo ich viel mehr daran interessiert bin, holy shit, Pikmin 4. Ich meine, wir wissen natürlich, dass es kommt. Das kommt nächsten Monat raus. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das hier auf dem Kanal zu behandeln und da eben auch eine Review zuzumachen. Ich freue mich mega drauf. Ich bin ein riesiger Fan von Pikmin 1, 2 und 3. Ich finde, die sind alle klasse, alle drei Spiele auf ihre unterschiedliche Art und Weisen. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ich kann, glaube ich, nicht mal wirklich sagen, was mein Lieblingsteil ist, weil das immer so darauf ankommt. Wenn ich halt mehr diese arcadige Erfahrung habe und ich möchte einen schnellen Durchgang machen, dann ist es Pikmin 1, weil es eben sehr reduziert ist, ein sehr klassisches Ziel, hat dieses Zeitmanagement noch stark drin in seiner Kampagne und ich kann das dann eben so optimiert spielen, wie ich das möchte, um eben alle Teile zu holen oder nur das, was benötigt ist. 2 ist mehr so dieses chillige Spiel, was zwar mit die schwersten Herausforderungen im Spiel hat, wenn man 100% machen möchte, aber wenn man einfach nur, hey, ich will gerade ein bisschen Pikmin spielen und die Welt erkunden und hier und da und so viel an den Tagen machen, wie ich das irgendwie möchte und jetzt gehe ich mal in den Dungeon rein, ob ich das will oder nicht, dann ist das ganz cool. Und Pikmin 3 ist halt mehr dieses, oh, ich möchte eine doch durchgebaute, getaktete Kampagne haben mit diesen verschiedenen Charakteren und eben vielleicht auch das Pikmin, was dann visuell am interessantesten aussieht. Und 4 scheint jetzt so ein bisschen sogar irgendwie mehrere von diesen Strängen zu verfolgen. Ich finde auf jeden Fall ganz cool, dass es jetzt auch in echte Häuser reingeht, obwohl ich da nicht weiß, sind die Leute einfach nur weg, was ist mit denen passiert. Aber allein die Tatsache, dass ich eben in wirkliche Häuser reingehen kann, um dort dann Pikmin Shit zu machen, finde ich hervorragend. Die Idee von diesem Multiplayer, das sah eigentlich ganz cool aus und eben auch die Tatsache, dass die Untergrundwelt wieder da ist, ist auch eine Sache, auf die ich mich freue. Und ja, ich bin auf jeden Fall einfach nur gespannt. Und danach die überraschende Ankündigung, dass wir Ports von Pikmin 1 und 2 bekommen. Holy Shit, hervorragend! Ich weiß, dass sich manche irgendwie ein bisschen beschwert haben, dass die zusammen 50 Euro kosten. Das kommt für mich darauf an, wie gut die Ports davon sind. So für mich wäre auch 20, glaube ich, für beide, also für jeweils, und dann 40 zusammen so der Sweet Spot gewesen. Ich glaube, das war damals der Preis von No More Heroes 1 und 2, als die plötzlich angekündigt wurden für die Switch. Und dementsprechend ist das dann, glaube ich, schon ein bisschen teurer, vor allem, weil die ja auch nochmal zwischendurch beide Teile für die Wii neu aufgelegt wurden. Und ich glaube, da waren das auch schon Titel, die für einen reduzierten Preis rausgekommen sind. Aber gerade im Vergleich zu Atrium Odyssey HD bin ich hier über den Preis wesentlich, so da freue ich mich wesentlich mehr drüber, vor allem, weil man nicht so in den Arsch gefickt wird, wenn man einfach nur eins von den beiden Spielen zuerst ausprobieren will. So, wenn du halt erst Pikmin 1 und dann Pikmin 2 spielen willst, und du hast noch nie eins gespielt und du willst nicht direkt 50 Euro dafür ausgeben, du möchtest erst eins davon spielen, dann zahlst du halt 30 und dann nachher 30 für das andere. Und dann hast du eben statt 50 60 gezahlt. Und nicht wie das bei Atrium Odyssey der Fall ist, wenn du halt die Collection kaufst, dann hast du 80. Und wenn du alle Spiele nacheinander einzeln kaufst, dann hast du 120 Euro gezahlt. Also, und dann finde ich eben hier, dieser 10-Euro-Unterschied ist dann doch mal irgendwie ein bisschen besser. Oder gerade, wenn du halt nur eins von den beiden willst. Es gibt ja auch Leute, die sind nur Fan von Pikmin 1 und nur Fan von Pikmin 2. Und dafür ist es dann einfach vollkommen fair. Ich versuche mir, die noch anzusehen. Ich hatte einen Code angefragt. Ich habe noch bisher keine Rücksprache bekommen. Weil ansonsten würde ich persönlich, weil ich würde mir dann gerne sowieso holen, aber dann warte ich lieber auf die physische Version, die glaube ich im September oder so erscheinen wird. So, weil wenn ich dann Privatgeld dafür ausgebe, dann hätte ich auch gerne lieber die physische Version. Falls ich noch einen Code kriegen sollte, dann werde ich das Ganze hier auch in dem Video definitiv covern. und eben sowohl mit der Gamecube als auch den Wii-Versionen vergleichen. Die Wii-Versionen sind technisch identisch. Da ist es halt nur die Steuerung, die dann eben angepasst wurde. Aber auch da wäre es interessant zu sehen, ob sie irgendwas eben auch von der Wii-Mode-Steuerung auf die Joy-Con-Steuerung angepasst haben. So, und noch eine weitere Collection. Und das war wieder interessant. Deswegen, das war jetzt so der, wieder ein weiterer Part, wo es eben interessant wurde. Weil die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 wurde ja bereits angekündigt auf dem Sony Showcase. Und ich finde es sehr lustig, dass die Nintendo-Variante hier so viel interessanter ist. Weil bei Sony war es eben nicht klar, was genau da drin jetzt zu 100% enthalten ist. Oder vor allem, ob eben Metal Gear Solid 1 nur in so einer Billo-Playstation-5-Emulator-Version verfügbar ist. Oder ob sie das Spiel nochmal richtig porten werden. Und hier wissen wir jetzt endlich, dadurch, dass es jetzt für die Switch angekündigt wurde, ja, Metal Gear Solid kriegt einen richtigen Port. Oder zumindest eben wird nochmal für alle Versionen einzeln eben emuliert. Und wir kriegen, das wussten wir ja schon natürlich, Metal Gear Solid 2 und 3 HD plus eben nochmal die in Metal Gear Solid 3 enthaltenen Versionen von Metal Gear 1 und 2. Aber wir kriegen, und das ist jetzt mehr aus so Spiele-Präservationssicht und beziehungsweise eben cool, die in der Collection drin zu haben, die NES-Titel. Metal Gear und eben Snakes Revenge. Beides grauenhafte Spiele, die man aus so Qualitätsgründen definitiv nicht anpacken sollte. Aber eben aus einem historischen Kontext heraus. Und vor allem zu sehen, so die NES-Version ist ein grauenhafter Port, die Kojima auch überhaupt nicht mag. Und Snakes Revenge ist ein ursprünglicher Nachfolger zu Metal Gear, von dem Kojima gar nichts wusste. Und der erst, nachdem er davon erfahren hat, hat er dann eben sein eigenes Sequel, Metal Gear 2 dann eben gemacht. Und das ist cool, dass das drauf ist. Genauso wie diese Graphic-Novel-Sachen, die, glaube ich, vorher auf der PlayStation Portable rausgekommen sind. Dass eben auch so weitere Booklet-Sachen drin sind, dass solche Dinge wie so eine Art Lösungsbuch mit enthalten ist. Das ist auf jeden Fall cool. Die Frage ist jetzt nur, von wem das Ganze gemacht wird. Und meine, ich will nicht sagen meine Theorie, aber ich habe nochmal nachgeguckt. Und ich wünschte, das habe ich von Anfang an gesagt, es wäre am coolsten, wenn diese Collection von M2 kommen würde. M2 generell der Entwickler, die am besten, also den besten Track-Record für eben solche Collections haben, haben aber vor allem eben ältere Titel, Retro-Sachen gemacht. Die haben einen PS1-Titel gemacht, Darius HD auf der PlayStation, der auch hervorragend ist, guter Port von einem PlayStation 1-Spiel. In dem Fall auch deswegen, dass ich mich über sie freuen würde, weil ich wüsste, dass sie Metal Gear Solid auf der PlayStation eben gut rüberbringen würden. Aber eben auch wegen dann dieser Konvertierungen von den NES-Spielen und weil ich eben weiß, dass sie sich sehr viel, dass sie eben sehr viel Sorgfalt reinlegen in das Produkt. Und M2 hat schon die Vergangenheit mit den Collections mit Konami, weil entweder sind diese Collections eigentlich immer von M2 gemacht worden oder von Digital Eclipse. Und Digital Eclipse sind mehr, also sind halt besser darin, diese Archivierung von weiteren Inhalten, wie in dieser Cowabunga-Collection von TMNT, dass da sehr viel von diesen Design-Dokumenten und sowas drin sind. Die eigentlichen Portierungen bzw. Emulationen von den Spielen sind nicht besonders geil, weil die haben auch einen immensen Input-Lag die meiste Zeit. Es gibt ein paar coole Features wie dieses Vor- und Zurückspulen und sowas, aber der Input-Lag macht das für mich eben aus einer spielerischen Sicht zu den schlechteren Versionen. Diese Archivsachen sind hervorragend. So, das heißt, ja, aus der Sicht könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass da Sachen davon drin sind, aber was hier enthalten zu sein scheint, ist halt mehr, okay, normale Informationen, Dinge, die aufbereitet wurden, als so Hintergrundinfos. Und das ist dann eher auch eine Sache, die ich in so einer M2-Collection auf jeden Fall dann schon sehe. Und M2 hatten zum Beispiel im Vorfeld die Castlevania-Collection gemacht, die Contra-Collection gemacht, sie hatten die Castlevania-Advance-Collection gemacht. kamen zum selben Zeit raus, als Konami die Metal Gear Solid 2- und 3-Titel, ne, von der HD-Variante, aus den Stores gezogen haben. Weil wohl scheinbar irgendwie die Rechte an bestimmten Materialien abgelaufen sind und es hieß ja auch damals so, oder beziehungsweise wurde vermutet, dass sie an neuen Versionen arbeiten oder beziehungsweise die anpassen, dann in die Stores reinsetzen. Ist nur nicht passiert in dieser ganzen Zeit. Und für mich passt es jetzt eigentlich sehr gut, wenn man sagt, yo, zu dem Zeitpunkt, als die Sachen rausgenommen werden mussten und dann wahrscheinlich an einer neuen Collection gearbeitet wurde, da ist M2 gerade frei geworden, nachdem sie eben die Castlevania-Advance-Collection gemacht haben. Und das ist für mich so, hm? Würde passen. Würde auf jeden Fall passen. Es würde mich auch freuen, aber das werden wir dann eben dementsprechend abwarten. Und ich glaube, die dann noch viel interessantere Frage ist, was ist in Volume 2 enthalten? Kriegen wir dann, also weil wenn jetzt solche Sachen drin sind, dann würde ich sagen, hey, okay, kriegen wir dann auch Portable Ops in der Volume 2 drin? Kriegen wir die Metal Gear Asset-Spiele, die beiden? Das wäre cool. Kriegen wir wirklich den heiligen Gral, Metal Gear Solid 4? Wow! Ich hätte es cool gefunden, wenn jetzt in Volume 1 auch noch so Sachen wie Ghost Barbel drin gewesen wären. Das ist das Spiel für den Game Boy Color, was wirklich cool ist. Aber das werden wir dann eben dementsprechend sehen müssen. Könnte auch in einer weiteren Collection drin sein. Keine Ahnung, inwie viele Sachen die das dann aufteilen. Ja, Vampire Survivors gibt es jetzt auch für die Switch. Bevor ich hier wieder Krieg anfange mit Leuten, werde ich meine Meinung zu dem Spiel nicht weiter äußern. Wer davon mehr wissen will, ich hatte einen Stream dazu auf meinem Stream-Archive-Kanal hochgeladen, wo es eine sehr hitzige Diskussion zu diesem Spiel gab. Dann könnt ihr euch das gerne ansehen. Headbangers, Rhythm Royal war ja auch schon angekündigt, dieses Mal mit Gameplay. Diese komischen Penistauben. An sich mag ich immer gerne mehr Spiele, die eben wie Rhythm Heaven sind oder eben Rhythmus-Spiele. Das Problem ist nur, dass Rhythm Heaven das so viel besser vorgemacht hat, weil das ist eine Reihe vom GBA. Und schon damals haben sie geschafft, alles nur durch das Visuelle darzustellen. Was du drücken musst, wann und wie das aussieht. Und hier wurde das scheinbar kopiert, nur dass man es nicht hinbekommen hat, das Ganze so intuitiv darzustellen, sondern es mussten dann eben überall diese Button-Prompts dann rein. Und das finde ich automatisch visuell wesentlich uninteressanter. Und dementsprechend, ja, als so ein Rhythm-Spiel werde ich es mir wahrscheinlich mal ansehen oder zumindest versuchen, aber ich habe jetzt nicht wirklich die hohen Hoffnungen drin. Mario Kart 8, Welle 5. Wie gesagt, das ist so ein Ding, hey, für die Leute, die sich freuen darüber, more power to you. Für mich ist das immer so Mario Kart 8, ich habe das Nintendo Switch Online-Paket. Also schaue ich mal kurz rein, dann fahre ich da irgendwie eine Runde und jetzt, hey, jetzt habe ich Charaktere aus anderen Mario Kart-Teilen, die rausgekommen sind. Okay, cool. Und dann spiele ich es einmal und dann denke ich mir, boah, ich hoffe, Nintendo bringt bald Mario Kart 9 raus. Und dann gab es zum Abschluss nochmal richtige drei Banger und ich glaube, das hat Nintendo auch in der Direct ganz gut gemacht, dass sie halt angefangen haben mit den eher so langweiligen Sachen und man fängt zumindest, was heißt langweilig, man fängt mit etwas so, okay, Pokémon DLC, für die Leute, die es interessiert und dann, hier sind einfach Spiele, von denen ihr wisst, die kommen auch für uns raus und dann so nach 10 Minuten kam, boah, Super Mario RPG Remake, hier ein neuer Peach-Plattformer, Luigi's Mansion 2 Remake und dann wird er, okay, alles klar, wir bringen jetzt nochmal neue Sachen raus, was hier so ein kleineres Spiele, bam, Pikmin 4, bam, Pikmin 1 und 2 und Metal Gear Solid Collection auch hier und mit neuen Informationen, die vorher nicht da waren und dann wieder so und dann zack, bam, Star Ocean, The Second Story R. Ein weiteres Star Ocean Remake jetzt vom zweiten Teil und ich finde, das sieht fucking fantastisch aus. Ich weiß, dass es Leute gibt, die gerade diesen HD, 2D-Stil nicht irgendwie mögen, genau wie das zum Beispiel, also angefangen hat es ja eigentlich mit Octopath Traveler, jetzt Triangle Strategy hatte das, das Remake, da hätte ich gerne mal auch was mittlerweile was Neues von gesehen, das Remake von Dragon Quest 3, auch da immer keine Ahnung, warum fangen wir damit an, warum machen wir nicht irgendwie eine Remake-Trilogie der ersten drei NES-Teile oder so, keine Ahnung, aber hier finde ich es halt wirklich super, vor allem, weil es jetzt endlich mal mit einer 3D-Drehbahn-Kamera ist und es passt zum Original, weil das Original von Star Ocean 2 ist auf der Playstation 1 rausgekommen und hatte auch diese Kombination von 3D-Polygon-Hintergründen und eben 2D-Sprites in den Charakteren. Das heißt, gerade wenn man sich auch das Kampfsystem ansieht, so ja, es ist jetzt halt ein bisschen mehr geworden, flashiger und alles und es ist eben 16 zu 9 und die Hintergründe sind detaillierter, aber der eigentliche Stil, diese Kombination zwischen den beiden Sachen ist auch dort bereits enthalten. Ich werde es nur auf der Playstation 5 spielen, so ich nehme einfach mal sehr schwer an, dass genau wie auch das Remake zum ersten das Ding auch wieder auf der PS4 rauskommen wird und dann eben nativ auf der Playstation 5 läuft, wenn sie nicht sowieso einen Playstation 5 Port direkt machen, weil so geil das Kampfsystem auch wieder aussah und ich liebe das Kampfsystem von den Star Ocean Spielen. Alter, hat das geruckelt. Holy shit, es waren so viele Zahlen da, dass wahrscheinlich irgendwie die Framerate auch, oh, wir sind auch Zahlen, das können wir nicht mehr standhaben und sind einfach vollkommen in die Knie gegangen und dementsprechend, ja, geiles Spiel, aber holy shit, ich werde es definitiv auf der Playstation spielen, wo es dann ganz normal in 60 dann eben die ganze Zeit laufen wird. Und dann auch wieder ich als alter WarioWare-Freund. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder ein gutes WarioWare-Spiel zu sehen, so von den letzten, die rausgekommen sind, in den letzten drei oder vier. Das Einzige, was mir gefallen hat, war WarioWare Gold auf dem 3DS. Das schien für mich auch so der Abschied der Serie zu sein. So hier, wir nehmen die ganzen Handheld, WarioWare-Titel zusammen und packen eine riesige Compilation dieser ganzen Minispiele ein und noch ein paar neue Sachen. Und dann kam ja eben auch das Letzte für die Switch raus und das war dann mehr so, ja, auch mit Multiplayer und Gimmie-Key und ich war so, hä, interessiert mich nicht wirklich. Und WarioWare Move It, das fühlt sich jetzt an eher wie Nachfolger zu dem WarioWare auf der Wii, wo es, ich glaube auch, hieß es nicht auch irgendwas mit Move oder sowas? Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber genau wie das ja damals die Handheld-Serie genommen hat, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon die ersten drei WarioWare-Titel, das WarioWare, das WarioWare Twisted und eben WarioWare Touched. Und dann gab es eben das dann auch für die Wii, wo es eben, okay, jetzt machen wir das eben an den Gimmick, an die Wii-Mode an. Und WarioWare Move It scheint genau das Gleiche zu sein, aber eben an die Joy-Cons. Und das finde ich wieder hervorragend, weil ich hatte auch das auf der, das Game in Wario gespielt, zuletzt auf der Wii U. Und bis auf diesen einen 9-Volt-Level war das alles unfassbar generisch und langweilig und mehr ausgelegt auf diese größeren Multi-Stage-Minispiele, die dann zu sehr auf das Gimmick des Controllers auch ausgelegt waren und haben teilweise entweder nicht richtig funktioniert oder sie waren viel zu langweilig. Und das hervorragende an WarioWare ist ja, dass du Minispiele, die an sich jetzt nicht wirklich herausragend sind, aber durch ihre Kurzweiligkeit und die Tatsache, dass sie halt in so einem hohen Tempo kommen und du dich immer weiter, und du dich immer eben schnell anpassen musst und dadurch super high alert bist. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und du musst halt sofort erkennen, ah, das ist es sowas gesteuert, so mache ich es. Und dann kommt direkt das Nächste danach, nachdem so ein kurzer Jingle und dann geht es wieder weiter. Und das scheint mir jetzt wirklich genau wieder in diese Richtung zu gehen und deswegen WarioWare Move It wird auch für mich ein Titel sein, den ich mir auf jeden Fall zum Start ansehen möchte. Und dann kam zum Abschluss noch etwas, was ich nicht gedacht hätte. Ich glaube, es wurde im Vorfeld, gab es Gerüchte darüber, über ein neues 2D-Mario. Und wer jetzt schon länger auf dem Kanal hier dabei ist, ich hatte letztes Jahr ein Video gemacht zu dieser Pipeline von New Super Mario Bros. Spielen. Könnt ihr euch gerne ansehen, werde ich wahrscheinlich auch hier am Ende vom Video noch mal verlinkt haben. Aber gerade diese Reihe New Super Mario Bros. auf dem DS, was ja noch mal so ein bisschen eine frische Idee war, aber danach wurde es so gemolken. Und du hattest dann so, ja, das eine ist jetzt für vierer Leute, das zweier auf dem 3DS hat gar keine Ideen mehr gehabt und war einfach nur Geld sammeln, ist das Gimmick. Alles klar. Hey, Nintendo, ihr kriegt es nicht geschissen, neues F-Zero zu machen, weil wir brauchen irgendeine neue Idee für einen F-Zero. Aber New Super Mario Bros. 2 kann existieren, weil Geld das Gimmick ist und Münzen einsammeln. Für gar nichts. Hervorragend. Und jetzt dieses Super Mario, finde ich auch gut, dass das New nämlich gar nicht im Namen ist, sondern es ist einfach Super Mario Wanda und holy shit, sieht das geil aus. Holy fucking shit. Ich liebe alles daran. Alles an diesem Stil, diese ganzen Animationen und wie sehr sie sich eben auch oftmals an diese originalen Modelle halten, die, finde ich, auch teilweise viel mehr so eine viel stärkere Ausdruckskraft eben hatten. Und es war so fantastisch zu sehen, wie auch dann jede einzelne Bewegung, so alleine Mario geht in die Luft und dann breitet er die Arme aus, er geht nach unten und du siehst wirklich, wie so die Kappe über ihn drüber gezogen wird und die Zähne so zusammen drückt, dass er dann, wenn er gedückt ist, sich die Kappe wirklich so richtig über den Kopf rüber zieht, dass eben auch sehr mit diesem 3D-Modell gespielt wird, dass es zwar immer noch ein 3D-Modell ist, aber trotzdem so 2D-mäßig erscheint da drauf, durch die Art und Weise, wie es dargestellt wird, dass du trotzdem eben auch so eine gewisse Rundung der Objekte hast, weil du links an der Seite die Schattierung hast. Teilweise, du hattest auch einen Level, der dann wieder so die Wirkung von Super Mario Bros. 3 hatte, was ja eben so ein Theaterstück sein, so darstellen sollte und dass du dann eben auch einen Schatten auf den Hintergrund geworfen hast, dass generell die ganzen Hintergründe so viele interessante Zusammensetzungen aus den verschiedenen Ebenen haben, dass die ganze Bildkomposition herausragend aussieht, dass die UI auch endlich mal interessant ist, dass du DMC-Wörter hast, die rauskommen, wenn du mehrere, beispielsweise einen Gegner mit einer Shell oder so dann irgendwie abwirfst und normalerweise einfach nur Punkte rausgekommen werden und jetzt sind eben diese verschiedenen Begriffe bis zu dem Wonderful, was eben zum Titel passt, dass du super coole neue Ideen für die Fähigkeiten hast, fucking Benjamin Blümchen Mario, Elefario zu haben, mit dem du irgendwie coole Sachen machen kannst, dass jetzt auch endlich mal Big Dick Daisy eine Figur ist, die du hier irgendwie spielen kannst, so holy shit, das fühlt sich, so für mich fand, war New Super Mario Brothers gerade eben die, alles was nach dem DS-Teil rausgekommen ist, das waren so seelenlose 2D-Mario-Spiele für mich oder auch nicht für mich, sondern auch für viele anderen Leute, was vollkommen, hey, wenn ihr die mochtet oder immer noch liebt, more power to you, das will ich euch nicht absprechen, aber für mich auf jeden Fall hatte es sich wie so eine, wie so seelenlose Titel einfach angefühlt und das Super Mario Wonder ist halt genau das Gegenteil, da ist so viel Ideenreichtum und einfach nur abgefuckter Shit, der da reingepackt wird und ich liebe, wie das aussieht und holy shit, ich freue mich einfach nur drauf, das zu spielen, das wird eine glorreiche Zeit, glaube ich, zumindest vom Level-Design her sah es auch besser aus und zwar, dass es immer noch auf vier Personen passt, aber nicht zu sehr leer und ausgebreitet, wie das in den New Super Mario Brothers-Teilen oftmals der Fall war, ja, also das war hervorragend, deswegen ist es auch so eine Sache, dass ich eigentlich den Großteil dieser Direct, wenn ich jetzt wirklich ansehe, okay, wie viele Sachen gab es, die ich interessant fand, die mir gefallen haben, die ich aufregend fand, dann waren das vielleicht 15%, 20, 15, 15, 20%, aber sie waren halt immer wieder zwischendurch durchgestreut und man hat mit den interessantesten Dingen geendet, dass ich halt wirklich so zwei, drei Banger nochmal zum Ende hatte und dass wenn man dann an diese Direct zurückdenkt, dann vergisst man irgendwelche Sachen wie Gloomhaven oder Just Dance, Fae Farm, Hot Wheels Unleashed 2 oder die Tatsache, dass, keine Ahnung, irgendwie ein neues Splatfest angekündigt wurde und das, was dann hängen bleibt, das ist dann, holy shit, Super Mario RPG Remake, neuer Peach-Plattformer, der rauskommt, Pikmin 1 und 2, was direkt veröffentlicht wurde, ne, dass wir jetzt ein Star Ocean 2 Remake bekommen, dass es Super Mario Wonder gibt und das existiert. So alleine das Spiel, so als dieser Abgang, ne, daran merkt man auch nochmal, wie wichtig das ist, diese Dinge zu spacen und eben auch mit einem richtigen Banger rauszugehen, dass du dann, selbst wenn vorige Sachen irgendwie nicht so gut waren, dass du dann rauskommst aus der Direct mit so einem, ja, das war geil, das war super, dass am Anfang so die ersten 10 Minuten auch ich im Livestream gesagt habe, ne, wenn ihr euch die Aufzeichnung ansehen wollt, das Ganze habe ich auf meinem Stream Archive-Kanal, das ist auch unten verlinkt, dann, ne, da habe ich auch so mit den Leuten auch im Chat gesagt, ja, das ist irgendwie ziemlich, das ist irgendwie ziemlich langweilig, so kommt da noch irgendwas, irgendwas Cooles, gerade Spiele, die halt dieses Jahr noch rauskommen wollen und auf einmal kam, oh, das ist interessant, dich auf diesem Wonder, ne, in diesem Wonder-Abschnitt einfach dann, dann, dann hängen lassen und das war das Fantastische und ich glaube, dass, ja, an sich muss ich sagen, es war eine, eine, eine Direct der unterschiedlichen Gefühle, also wo es so auf der einen Seite unfassbar belanglos und langweilig war, jetzt nichts wirklich Schlechtes oder so, so wo ich irgendwie aktiv davor saß und gedacht habe, oh mein Gott, was haben sie denn da aus meiner Serie gemacht, oh mein Gott, was ist das denn hier für ein Scheiß geworden, ne, keine so eine Live-Service-Gewichse, wie das bei Sony irgendwie der Fall war, sondern, teilweise eh nur so 10 Sekunden oder sonst was, aber nichts, was irgendwie aggressiv schlecht war, aber es gab eben trotzdem noch diese Banger mit dabei und deswegen würde ich mal sagen, dass wenn ich das jetzt zu diesen Non-E3-Showcases dazu zähle, dann würde ich sagen, dass die Nintendo Direct für mich so ungefähr auf dem Level von dem Xbox-Showcase war, dass ich das so, dass hier auf jeden Fall, ne, ich würde sagen, die, die Showcase war noch ein bisschen stärker, so es gab nicht so eine, so starke Durchhängerphasen oder zumindest die nicht so oft und nicht so häufig waren wie hier, ich war ja bei der Xbox-Showcase auch teilweise mehr davon enttäuscht, dass einfach keine richtiges, kein richtiges ausführliches Gameplay von vielen Sachen zu sehen war, die ich an sich interessant fand, aber die Nintendo Direct hatte auf jeden Fall eben diese größeren Höhen und deswegen würde ich sagen, so ja, beide auf ne, ne ungefähre gleiche Stufe, dass wenn ich jetzt alle von diesen Showcases, dieser Non-E3, bewerten muss, dann würde ich sagen, Xbox-Showcase und Nintendo Direct, die waren für mich so auf nem, auf nem gleichen Platz, also auf nem geteilten ersten Platz und ja, jetzt würde mich einfach mal interessieren, was ihr davon haltet, was waren so eure Highlights, was sind die Spiele, auf die ihr euch freut oder war vielleicht einfach gar nix davon für euch dabei, weil ihr erwartet, ich weiß nicht, was dann Leute teilweise auf einer Nintendo Direct erwarten, wenn wirklich gar nix dabei war, also dann, also wenn man irgend, das weiß ich nicht, also wenn man von Mario, wenn du von dem Wonder, so, oder dem, dem Mario RPG, Pikmin oder so, wenn du von keinem dieser Titel begeistert bist, dann glaube ich, dann ist die Nintendo Switch, glaube ich, die falsche Konsole. I don't know, es sind auf jeden Fall Leute, falls ihr noch, falls ihr an Pikmin, falls ihr Pikmin noch nicht ausprobiert haben solltet, großartige Serie, ihr könnt mit keinem Teil was falsch machen, so eins, zwei, drei, ich gehe auch da, also für mich ist das, glaube ich, relativ safe, dass vier zumindest ein gutes Spiel wird, hey, wenn es nachher rauskommt, das ist scheiße, wenn jemand über Spiele meckert, dann bin ich das, dann werdet ihr das hier auch erfahren, aber in dem Fall, das soll es auf jeden Fall gewesen sein, wie gesagt, schaut gerne auf dem Stream Archive Kanal vorbei und falls ihr auch die anderen Bewertungen zu den Showcases ansehen wollt, die sind auch auf dem Kanal verfügbar, ich hatte ja auch da, wie gesagt, Xbox Showcase, den Playstation Showcase, Ubisoft, Capcom, die habe ich mir auch noch angesehen und Videos dazu gemacht und ansonsten kommen jetzt auch die nächsten Tage wieder neue Inhalte raus und darauf dürft ihr gespannt sein, euch wünsche ich noch einen schönen Tag, wir sehen uns dann, bye, bye.